Sie sind auch schon aufgeklärt worden von meiner Kollegin über Streckenlänge und das und jenes und gut sie ist sie auch mit mir. Fahren Sie im Winter auch alle halbe Stunde? Im Winter fahren wir auch alle halbe Stunde, normal die Fahrzeit von 6.30 Uhr bis 20 Uhr. Wenn natürlich jetzt irgendwelche Zwischenfälle sein sollten, dass jetzt die Strecke komplett zugewählt ist oder zugeschneit ist, dann kann es schon mal sein, dass wir stehen und warten, bis es frei geräumt wird, aber sonst fahren wir. Kann man auch mal hören. Naja, wenn die Strecke dann zugelassen wird. Ja. Gibt es eine gute Frage? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.